Wenn du wissen möchtest, wie man so eine Glasrückwand ausmisst und montiert, dann bist du bei diesem Video genau richtig. Bevor die Küchenrückwand jetzt bestellt werden kann, muss das Glas richtig vermessen werden. Dazu nehmen wir einen 90 Grad Winkel, der ungefähr die gleiche Schenkellänge aufweist, wie die Höhe der Küchenrückwand und schauen erstmal, ob die Wände zur Arbeitsplatte im rechten Winkel verlaufen. So kannst du gleich feststellen, ob der Referenzpunkt zum Messen oben oder unten ist. Der Referenzpunkt ist dort, wo dein rechter Winkel an der Wand ansteht. In meinem Fall jetzt oben. Einfachheitshalber wird aber immer von unten gemessen. Aus diesem Grund wird dann der Referenzpunkt nach unten übertragen. Bei mir sitzt dann der Referenzpunkt 3 mm von der Wand entfernt. Nur bei Küchenrückwänden übers Eck muss der Referenzpunkt in der Ecke liegen, bei der die Rückwände aufeinandertreffen. Bei einer einfachen Rückwand, die zwischen zwei Wänden eingebaut wird, ist es egal, wo der Referenzpunkt sitzt. Mach dir jetzt eine Skizze. Diese muss aber nicht maßstabsgetreu sein. Die Steckdosen werden jetzt gleich mit eingezeichnet. In meinem Fall sind das jetzt vier Stück. Fangen wir an mit dem Längenmaß der Glasplatte. Wir messen also vom Referenzpunkt bis Ende Arbeitsplatte. Das sind bei mir exakt 3 m und 2,5 cm. Von diesem Maß wird dann noch ein Sicherheitsabstand von 2 mm abgezogen. Notiere das Maß dann am besten in Millimeter. Kennzeichne dann immer noch zusätzlich mit Maßlinien, damit man nachvollziehen kann, von welcher Position bis zu welcher Position gemessen wurde. Sollte deine Rückwand zwischen zwei Wänden eingebaut werden, dann ziehst du insgesamt für den Sicherheitsabstand 4 mm ab. Als nächstes ermitteln wir die Höhe der Glasrückwand. Auch hier wird jetzt an verschiedenen Stellen gemessen. Den kleinsten Wert, minus 2 mm Sicherheitsabstand, wird dann eingetragen. Jetzt können die Steckdosen ausgemessen werden. Vom Referenzpunkt ausgehen, messen wir bis Mitte erster Steckdose, also bis Mitte Schraube. Bevor jetzt das Maß in die Skizze eingetragen wird, ziehen wir noch den Sicherheitsabstand von 2 mm ab. Danach messen wir die Höhe der Steckdose. Hierzu messen wir von Oberkant der Arbeitsplatte bis Mitte Steckdose und notieren uns das Maß. Wenn du die Anzahl der Steckdosen eingezeichnet hast, brauchst du somit nicht jede weitere vermessen und maßlich angeben. Jetzt geht es zur zweiten Rückwand. Mit dem 90 Grad Winkel wird der Referenzpunkt wieder festgelegt. Diese Wand ist zur Arbeitsplatte perfekt im Winkel. Bei dieser Außenecke gibt es eine starke Phase. Das heißt, ich messe vom Referenzpunkt bis zum Anfang der Phase. Zieh dann die Glasstärke von der langen Glasplatte ab, also die 6 mm, dann 2 mm Kleber und nochmals 2 mm Sicherheitsabstand und notiere das Ganze. Das Höhenmaß übernehmen wir wieder von der vorherigen Rückwand. Bevor jetzt die Glasrückwand montiert werden kann, werden zuerst die Sicherungen im Verteilerkasten deaktiviert. Achte hierbei unbedingt auf die 5 Sicherheitsregeln. Sind dir diese unbekannt, dann schau mal unten in der Videobeschreibung, da habe ich dir das Video dazu verlinkt. Kontrolliert wird er nochmals mit einem zweipoligen Spannungsprüfer. Ist das Netz freigeschalten, werden die Steckdosenabdeckungen demontiert. Die Gerätedosen-Schrauben, falls vorhanden, werden dann ebenso entfernt. Wenn du zwei oder mehrere Steckdosen nebeneinander hast, dann löst du nur die Steckdosen, lässt die einzelnen Adern aber angeschlossen. Hast du allerdings nur eine einzelne Steckdose, dann musst du diese komplett ausbauen. Dann kann die Küchenrückwand ausgepackt werden. Als nächstes verwendest du Spiegelkleber oder Neutralsilikon und setzt einige Punkte. Um die Steckdosen machst du mehrere Klebepunkte. Achte aber darauf, dass du nicht zu weit außen die Punkte setzt. Sonst quillt womöglich seitlich der Küchenrückwand der Kleber raus. Das möchten wir natürlich nicht. Du kannst aber auch die Punkte direkt auf das Glas machen. Jetzt wird die Glasplatte richtig positioniert, die Steckdosen durch die Fräsungen geschoben und dann in den Kleber eingedrückt. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, das Glas etwas nach links oder rechts zu schieben. Als nächstes kommt das zweite Glas. Klebepunkte wieder setzen, Glas positionieren und andrücken. Dann kommen wir auch schon wieder zum Einbau der Steckdosen. In meinem Fall sind hier jetzt Hohlraumdosen verbaut. Das bedeutet, ich darf hier die Krallenbefestigung nicht verwenden. Bei Hohlraumdosen werden nur Gerätedosenschrauben zur Befestigung verwendet, um diese nicht zu beschädigen. Hast du aber gängige Unterputzdosen, dann kannst du die Spreizkrallen sowie auch die Gerätedosenschrauben für die Steckdosenmontage verwenden. Für die Ausrichtung der Steckdosen kann ich dir so eine kleine magnetische Wasserwaage sehr empfehlen. Sind alle befestigt, kommen die Abdeckungen drauf und werden festgeschraubt. Bevor jetzt die Fugen gezogen werden, mach zuerst alle anderen Arbeiten in der Küche, die noch anfallen, damit nachher kein Schmutz in die frischen Fugen fällt. Zack, Abzugshaube hängt und weiter geht's mit den Fugen. Hierzu verwende ich jetzt ein transparentes Neutralsilikon. Zieh alle Fugen und sprüh diese dann mit Glättmittel ein. Mit einem Silikonabzieher wird die Fuge dann abgezogen bzw. in Form gebracht. Wenn du genauere Infos haben möchtest, wie man ein Silikon richtig aufträgt und richtig abzieht, dann habe ich dir hierzu schon ein Video erstellt. Dieses findest du unten in der Videobeschreibung. Danach kannst du noch mit dem Finger die Fuge glätten. Sprüh hierzu deinen Finger mit dem Glättmittel ein und gleite ohne festen Druck über die Fuge. So, Sicherungen im Verteilerkasten wieder aktivieren und fertig. Dann sind wir aber auch schon wieder am Ende mit diesem Video. Wenn dir mein Video geholfen hat oder in irgendeiner Weise gefallen, lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonnier und teil meinen Kanal und sei auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sag tschüss, bis bald, dein Tobias.